Und am neunsten zum Review-Podcast, zum Spiel in Kiel und gleichzeitig auch, weil es einfach zeitlich auch einfach nur Sinn macht, zum Preview-Podcast gegen den HSV. Beides in einem, viele Quellen, alle wieder verlinkt, ihr wisst Bescheid. Ich lese zuerst mal, ich habe mich rausgesucht, fünf Tweets vor, einer vor dem Spiel und vier nach dem Spiel und dann gehe ich aufs Spiel ein. Erster Tweet, vor dem Spiel, Matarazzo, also ein Zitat von Matarazzo. Kiel ist eine junge, spielfreudige Mannschaft, sie verstecken sich nicht. Kommentar auf Twitter schreibt, also eine Mannschaft, die sich nicht freiwillig ergibt, wir sind geliefert. Dann Kommentare nach dem Spiel. Ich erinnere mich an eine Fanclub-Tingle-Tour von Ex-Präsidenten und Hitz letzten Juni. Es wurde uns eine Mannschaft mit Leidenschaft und Herz versprochen. Was ich sehe, sind überhebliche, fahrige und lernresistente Individualisten, die keinen Schritt mehr machen als nötig zum Schämen. Noch ein Tweet, wenn du plötzlich einen Saisonabbruch befürwortest, nicht weil dann der Aufstieg safe ist, sondern weil diese peinliche Scheiße dann einfach vorbei ist. Vorletzter Tweet, gefühlt das einzige Spiel, das diese Saison Spaß gemacht hat, war der Kick in Leverkusen im Pokal, als du dann am Ende mit Mola, Ekloff und Klimovic drei Jungen auf dem Platz hattest, die mit Witz und Tempo fast noch ein 2-0 aufgeholt haben. Letzter Tweet, ich möchte mich offiziell bei dem Walter entschuldigen. Vermutlich warst du gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Der Kater ist wohl einfach scheiße. Und, ne, generell stimme ich jedem von diesen Kommentaren zu. Jeden einzelnen. Es war vor dem Spiel genau klar, was passieren wird. Genau das ist eingetreten. Ich sehe da keinen, das wird man noch später bei den Stimmen zum Spiel hören, dass es andere anders sehen, aber ich sehe da keinen, der mit Herzblut für diesen Verein kämpft und die Situation begriffen hat. Keinen einzigen. Ja, es ist auch Bruchwärm im Endeffekt besser gewesen tatsächlich, weil wir dann vermutlich relativ sicher, wenn sie die Tabelle genommen haben, als Zweiter aufgestiegen wären. Jetzt sind wir Dritter. Herzlichen Glückwunsch, hat nur zwei Spiele gebraucht. Top. Und, ne, zwei Spiele, in denen der HSV auch Nutzerpunkte geholt hat, ne. Und dann hier, ja, das Spiel gegen Leverkusen war richtig geil, der Stream auch. Der Stream gestern war auch nice, Tonqualität wird verbessert, weiß nicht, was da, was da los war. Außer ich gegen Leverkusen war schon, war schon krass. Ich glaube, knapp 80 Leute als Bestwert im Schnitt im Stream. Gestern waren es, glaube ich, knapp 30 oder sowas. Was immer noch ziemlich geil ist. Weil einfach, ne, jeder, der mir irgendwie dazuschaut, mit dem man reagieren kann, das bockt sich einfach. Klar, die Zahl klingt nochmal krasser, wenn es jetzt irgendwie 100 sind oder sowas. Als 20, aber jeder, als er dazugeschaut hat, absolute Ehre. Und der Kick in Leverkusen war geil. Der war einfach geil. Leverkusen hat auch nicht den besten Tag erwischt. Klar, wir haben da einfach eine junge Mannschaft auf dem Rasen gehabt, die einfach Spaß hatten zu kicken oder Spaß hinzuzugucken, weil du gemerkt hast, die haben Bock drauf. Kommt selbst nach dem 2-0 und zwei dummen Toren wirklich einen Torwartfehler und das andere einfach, ne, Slapstick. Machst du noch das 2-1, das 90. durch Leverkusen noch die Chance, das 2-2 zu machen, in die Verlängerung zu gehen. Einfach Bock gemacht, das Spiel. Dann hier, ich möchte mich offiziell bei den Walter entschuldigen. Und, ne, ich war auch kein großartiger Befürworter dafür, dass der Walter raus ist. Rein von Ergebnissen war es okay. Aber bei Walter war es wirklich vom Gefühl her noch mehr einfach auch Auftritte, beziehungsweise es ist genau das gleiche wie unter Matarazzo. Wir haben genau die gleichen Probleme. Nur, dass wir bei Walter vom Gefühl her noch ein paar mehr Chancen rausgespielt haben oder ein paar mehr klare Chancen. Und das haben wir uns direkt vergleicht. Die Auftritte zu Hause gegen Wiesbaden und zu Hause gegen Kiel, wo wir auch verloren haben. Also quasi die vier Niederlagen gegen diese zwei, ja, Klubs, die eigentlich nicht auf unserem Level sein sollten. Ähm, wo wir uns auf jeden Fall nicht besiegen sollten. Wenn du aufsteigen willst, wenn man die vergleicht, dann waren die Spiele unter Walter fast sogar besser. Weil gegen Wiesbaden war es lächerlich. Wir hatten gefühlt 40 Torschüsse. Und unter Walter habe ich das Gefühl, lag es noch mehr an der, einfach, ne, an einfach der Chancenverwertung. Irgendwie habe ich das Gefühl, gerade, klar, ist auch eine schlechte Phase gerade schon generell ein bisschen negativ eingestellt. Und vor allem gegenüber, auch vom Gefühl her, fehlt gerade noch mehr. Deswegen nehme ich den Tweet so auch ab. Wir haben 3-2 verloren gegen Holstein Kiel. Du gehst schon nach sechs Minuten, siebte Spielminute, gehst du 1-0, oder liegst du 1-0 zurück. Was auch hardcore peinlich ist. Diese Torentstehung, äh, wirklich, das war ein FIFA-Steilpass aus 70 Metern oder 60 Metern vom eigenen Sechzehner außen der Hebel die komplette Abwehr auseinander. Dann war das so ein Laufduell von dem, wie heißt der, Ioa und dem Kaminski, das an das Laufduell von Badstuber in Rostock, was damals, glaube ich, in Pokal erinnert hat, als wir rausgeflogen sind. Was einfach so traurig führt und einfach merkt, scheiße, ich bin nicht so schnell wie der. Ja, der ist vorbei und macht ihn eiskalt rein. 1-0 nach sieben Minuten. Nach sieben Minuten war das Spiel quasi schon vorbei. Unfassbar. Unfassbar. Dann holt sich die Davi. Guck mal, wenn ich hier bei, ja, hier bei gelb-rote Karte, ich sehe es hier gerade bei meinem Twitter-Ding gar nicht so richtig. Kurz in den Ticker reinhüpfen. 41. und 45. Okay. Ich sehe das hier nur als 45. Minute gelb-rote Karte. In der Davi innerhalb von vier Minuten fängt sich dein, an dem Tag, weil Kämpfer auf der Bank war, an dem Tag dein Kapitän einmal wegen Meckerns, weil er angepisst ist. Das war auch, die Aktion, die ihn zum Weckern gebracht hat, war von meiner Sicht auch raus und faul. Aber der ist ja nicht gestern geboren worden. Der spielt nicht erst gestern Fußball. Das kann man einfach sein lassen, die Scheiße. Aus eigener Angepisstheit die erste Gelbe. Und vier Minuten später die zweite Gelbe, wahrscheinlich weil er immer noch angepisst war, tritt er den so richtig sinnlos da irgendwie noch halb um. Und fängt sich eine berechtigte gelb-rote Karte. Innerhalb von vier Minuten, eine Minute vor dem Halbzeitpfiff oder quasi gefühlt mit dem Halbzeitpfiff, fängt sich der Kapitän, weil er angepisst ist von der Gesamtsituation, eine gelb-rote Karte. Ich glaube, mehr muss man zum aktuellen Stand von unserem Team nicht sagen. Mehr muss man, glaube ich, wirklich nicht sagen dazu. Das ist Beweisgung, dass da gerade nicht wirklich viel zusammenläuft. Also wirklich unfassbar. Aber auch das ist für mich keine spielentscheidende Szene, weil ich hatte das Gefühl, wir haben nach der gelb-roten Karte von Ida, wir haben besser gespielt als in der ersten Halbzeit. Mit zehn Mann haben wir besser gespielt. Al-Gaidoui kam in der Halbzeitpause für Gomez, auch klar. Ja, 45 Minuten, 60 Minuten, mehr kriegt er, komme ich jetzt gerade nicht hin, verstehe nicht, warum der überhaupt noch in der Startelf steht. Gebracht hat er auch nicht viel. Dann kriegst du einen Elfmeter mit mehr oder minder Glück. Also ich glaube, der Elfmeter war schon einer, aber wie wir den quasi bekommen haben oder wie sich der Kiel angestellt hat und wie auch immer, die Entstehung war, ja, relativ geschenkt für uns. Gonzalez macht einen rein, 1-1, alles gut. Hat er vom Gefühl her, waren wir besser mit zehn Mann als mit elf. Dann bringst du Mangala für Karaso auch gut, weil ich sowieso nicht verstanden habe, was Karaso auf dem Platz sucht. Seine beste Aktion im Spiel, wenn ich mal so böse bin, oder eine seiner besten Situationen im Spiel, war die, dass er sich mit einer fünften gelben Karte für das Hamburg-Spiel selber rausgenommen hat und auf jeden Fall nicht spielen wird. Die Aufstellung habe ich sowieso von Beginn an nicht gefühlt. Nicht ein Stück. Warum auf einmal ein Kampf auf der Bank hockt? Keine Ahnung. Badstuber, ja, nett. Mola als Linksverteidiger, ja. Ich will jetzt die ganz jungen, wird man später bei Massimo auch noch sehen, nicht so hart rannehmen. Mola als Linksverteidiger war auch irgendwie mehr Experiment als alles andere. So ist er nicht mal auf der Bank, wenn ich es gesehen habe, weiß nicht, was mit dem los ist. Und dann klar, ein Stenzel, da steht einfach auf rechts kein anderer alternative. Kobel war echt ganz gut, fand ich. Der hat auch ein, zwei Dinge gut rausgehext. Ich glaube, auch vor dem 2-1 hat er dann ein Ding rausgefischt. Der war echt gut, an dem lag es nicht im Ansatz. Ja, Karaso braucht kein Mensch in der Mitte, spielt das nächste Mal mit Mangala vom Start aus. Der Davi ist ja eh gesperrt, aber auch der bringt gerade nicht viel, aber den muss er auf dem Platz haben, weil er an sich ja irgendwo schon Klasse hat. Förster tatsächlich heute eins seiner... Oder nicht heute, gestern, neben seinem Montag auf, hier gerade. Und heute Abend kommt es ja auch schon online. Ja, im Teamvergleich quasi oder im Gesamtkonstrukt war er einer der besseren Spieler. Gomez vorne bringt einfach schlicht und greifend nichts mehr. Gonzalez hat das Tor gemacht, deswegen ist er bei Kicker auch nicht so schlecht bewertet. Mit einer 3,5 gibt es schlechtere bei uns, aber war auch nicht der Wahnsinn. Dann kam am Ende da wieder alle fünf Auswechslungen genutzt. Al-Ghadui, Mangala kam rein, Massimo beim Getuka und Kempf. Immer zurück zu den Spieldaten. Dann fängst du dir nämlich 78. und 79. innerhalb von zwei Minuten. Zwei Tore, beides. Ich würde auf den Typ nicht rumhacken, aber war halt leider ein großes Ding. Massimo wurde gerade eingewechselt, 76. und drei Minuten später hat er zwei Tore quasi, zwei Eigentore geschossen. Ein schlechter Pass und dann auch nicht gut verteidigt. Dann fällt es 2-1, wo ich schon dachte, boah, haben wir nochmal Glück gehabt, weil Kobel den rausgehext hat. Aber dann ging er doch noch rein beim Nachschuss. Und das dritte geht vollkommen auf seine Kappe, auch wenn da jetzt Kobel so ein bisschen, keine Ahnung, so halb aus dem Tor geht, so halbherzig und nicht genau weiß, was er jetzt vorhaben soll. Dann war das Spiel vorbei. Innerhalb von zwei Minuten fängst du auf einmal zwei Kisten, 3-1. Unfassbar, dann macht Silas noch eine Kiste schon am Ende. War ganz schön rausgespielt und vor allem solche Situationen, die kannst du im Spiel so viel häufiger haben als nur das eine Mal für das Tor. Solche Situationen kannst du so viel häufiger haben im Spiel, wirklich wahr. Also ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Diese Situationen kannst du so viel häufiger haben. War schon rausgespielt, haben McDougar schön reingemacht. Ja. 17 zu 15 Torschüsse für uns. Ballbesitz wieder höher und so weiter und so fort. Zweikampfquote 47%, Passquote besser. Statistiken sprechen wieder für uns, aber generell kann man sich damit einfach wieder mal nicht zufrieden geben. Und es geht mir weiterhin auf den Sack, uns so spielen zu sehen. Ich möchte mal einfach weiter gehen zu den Stimmen zum Spielen, dann kann ich darauf eingehen. Matarazzo, wir sind zunächst gut ins Spiel reingekommen, haben Chancen gehabt in Führung zu gehen. Hm. Hm. Hatten wir irgendwie eine große Chance vor dem 1-0 von Kiel? Das war ich gerade noch nicht mehr. Da geht der erste Schuss auf unser Tor nach einem Konto direkt rein. Das ist hart, aber wir haben weitergemacht. Ja. Das war als schlicht und ergreifend peinlich, wie du dich durch einen langen Ball aushebeln lassen kannst. Die gelb-rote Karte gegen Dida kurz vor Pause war natürlich eine Schlüsselszene. Fürs Spiel war es keine Schlüsselszene. Für mein Empfinden zum Team, ja. Zum reingucken, wie es mit dem Team gerade aussieht, ja. Eindeutig eine Schlüsselszene, jetzt weiß ich ganz genau, was da gerade abgeht. Trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit alles gegeben und sind mit den Rücksteigen besser umgegangen, sind in den Spielen davor. Hm. Nehme ich so halb mit, weil ich fand schon, dass wir mit 10 Mann besser waren als mit 11. Der Rüppelfehler von Robby tut natürlich weh, aber wir bauen weiter auf den Jungen und werden ihn weiter aufbauen, definitiv. Ich will die Jungen nicht angehen, alles kein Problem. Hätte jetzt einen Bartschuber gemacht, was weiß ich. War jetzt halt, ne, der Massimo, dumme Fehler, kann auch böse sein und sagen, hat quasi die Niederlage eingewechselt. Aber, ja, passiert halt, umso schlimmer, wenn es halt passiert, ne. Dennoch hat die Mannschaft nie aufgegeben, weiter Gas geben und trotz zwei Toren Rückstands und mit 10 Mann auch danach weiter dran geglaubt, dass wir jetzt zurückkommen können. Schön, dass die Mannschaft dran geglaubt hat, hat ich nicht. Die Jungs waren mit Herz dabei und haben viel investiert. Wir haben heute auch ein paar positive Sachen gesehen, die wir mit ins nächste Spiel gegen Hamburg nehmen. Da geht es um alles und wir werden wieder alles geben, um zu gewinnen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Weil mein Hauptproblem ist einfach, dass ich mit dieser Mannschaft gerade keine Identifikation mehr habe. Wir hatten so einen riesen Kaderumbruch. Das Gefühl, da steht immer noch keine einheitliche Mannschaft auf dem Platz. Ich sehe da immer noch, auch wenn es jetzt hier alles so wieder schön labern, wir haben uns besser angestellt, bla 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 und 10 Mann und hier und das. Und Rückschläge und hier, ja, sorry, aber Schnauze ist mir scheißegal. Ich habe da immer noch kein Deut gesehen, dass diese Mannschaft irgendwie gerafft hat, um was es geht. Immer noch so ein bisschen larifarige Kicke. Ich habe, ja, hat jetzt auch nicht mehr Großchancen wie gegen Wiesbaden. Auch wieder ein Team, das du einfach schlagen musst. Und von Jahr zu Jahr geht einfach eindeutig, sinkt es, dass du merkst, dass das Team sich irgendwie um die Zukunft des Vereins schert. Das sinkt von Saison zu Saison, von Team zu Team, von Umbruch zu Umbruch. Und dadurch auch meine oder auch allgemein die Identifikation der Fans mit den Spielen auf dem Platz. Die ist einfach quasi nicht mehr vorhanden, gefühlt nicht mehr vorhanden. Das Schwäge schön in so Erinnerungen, als sie noch aufgestiegen sind, hat sich, glaube ich, auch vor ein paar Tagen jetzt gejährt, also drei Jahre her, der Aufstieg. Da ist ein Wolf auf der Bank sitzen, Terodde, Ginzek, Baumgartel, von mir aus auch ein Gentner, Maxime, Manet, der verletzt war, und so weiter und so fort. Längerreck. Da ist so eine Mannschaft, wo du wusstest, boah, geil. Zweite Kiste ist aber auch nicht perfekt, ein bisschen erhäufig, aber wir sind aufgestiegen als Erster. Jetzt gehen wir mit so einem jungen, schönen Kader in die 1. Liga. Geil, ich identifiziere mich, ich finde einen Terodde geil. Wenn da Längerreck einen rausheckst, finde ich das richtig schön. Wenn Baumgartel hinten einen umnietet, richtig geiler Scheiß, Skincheck vorne, richtig gut, Manet gefällt mir. Das habe ich in dem Team nicht mehr. Ich habe da kein Ding nach dem Motto, boah, wenn der oder der jetzt das Tor schießt, dann freue ich mich doppelt und dreifach, junge, wilde, heppa, heppa. Habe ich nicht. Ist nicht mehr vorhanden. Und dadurch wird auch allgemein mein Bild immer schlechter von dem Klub. Also das ist dann doch ein Einfluss auf die Wertung von den Spielen. Dann Stenzel, der frühe Rückstand darf uns nicht passieren. Danach haben wir eine gute Reaktion gezeigt, waren aber nicht konsequent genug. In Unterzeit wurden die Räume für Kiel größer. Wir haben aber mit Kampf und Willen der Gegengehaltung den 1-1 ausrecht gezielt. In der Schlussphase haben wir uns dann selber um den Lohn gebracht. Oh Bruder, bitte. Wären diese zwei Fehler von Massimo nicht passiert, dann hättest du halt wieder wie gegen, I don't know, gegen Wiesbaden irgendwo kurz vor Schluss noch 2-1 kassiert. Das Spiel hättest du so oder so verloren. Egal, die zwei Fehler von Massimo. Du hättest das Spiel zumindest mal nicht mehr gewonnen, hundertprozentig nicht. Wie da, wie bei der ersten Aktion werde ich kurz vor dem Strafraum gefoult, bekomme aber keinen Freistoß. Das wollte ich dem Schiedsrichter deutlich machen. Ha, ha, du Vollidiot. Bei meinem Foul stelle ich mich ungeschickt an, auch wenn man vielleicht unbedingt Geld dafür geben muss. Doch, kann man machen. Trotzdem darf ich so nicht in den Zweikampf gehen. Den habe ich jetzt nicht rausgekramt, auch nicht in den Quellen drin. Irgendwann ein Post-Memo sich entschuldigt hat und bla bla bla, ist alles schön und gut. Aber, das ist mir wieder viel zu viel Schönreden. So viel Schönrednerei wieder, das ist nicht auszuhalten. Alle fanden ihre Leistung wieder eigentlich ganz geil und Reaktionen gezeigt. Und zack, zack und keiner juckt sich nach dem Motto, fuck. Wir haben ja eigentlich schon wieder zwei Spiele verloren. Wir sind jetzt hinterm HSV, obwohl die auch nur zwei Spiele unentschieden gespielt haben. Trotzdem haben sie uns überholt mit einem Punkt Vorsprung, den wir hatten. Wahnsinn. Kam auch kurz zum Sport im Dritten. Der Hitzesberger wurde interviewt. Wir sind vom Trainer überzeugt, das muss man ganz klar sagen. Also wer jetzt auch noch anfängt, den dritten und vierten Trainer in der Saison holen zu wollen. Viel Spaß. Du kannst Trainer holen, wie du willst. Du kannst Trainer holen, wie du lustig bist. Ändert nix. Merkst du ja. Walter, Matarazzo, genau das Gleiche. Ändert nix. Und wie sie mir jetzt sagen, wir brauchen nach der Saison nochmal einen Umbruch. Junge, wilde, bla bla bla. Aber wir hatten vor der Saison, ich glaube, den 38er Transfersommer. Ich glaube, 20 Leute weggehauen, ob Leih oder Dreck verkauft. Und 18 Leute geholt, ob Leih oder Dreck gekauft. Du kannst dich schon wieder einen Umbruch machen. Das wäre ein bisschen arg wild. Wir haben sowieso schon das komplette Team umgekriegt. Da ist gefühlt keine Saison mehr da von letzter Saison. Oder von zumindest mal zwei, drei Saisons her. Also daran, Trainer, kannst du holen, wie du willst. Ich habe das Gefühl, bei Matarazzo ist es keiner, der jetzt irgendwie Angst macht im Team oder irgendwie richtig Druck macht. Der wirkt auf mich vielleicht ein bisschen zu nett. Aber da du so Leute wie ein Magath oder sowas nicht mehr holst, nicht mehr kriegst oder solche Trainertypen nur noch selten gibt. Genau so einen bräuchten sie. Der ihnen mal dermaßen aufzeigt, was gerade falsch läuft und die im Training so dermaßen den Arsch aufreißt. Aber das haben wir nicht auf der Bank sitzen und werden wir auch nicht auf der Bank sitzen haben. Liegt einfach an den Spielern. Trainerdiskussion brauchst du nicht aufzumachen. Wir können nicht nur denken, dass wir ein guter Klub sind. Wir müssen liefern. Ich werde nichts schönreden oder Scheindiskussionen führen, die uns nichts bringen. Wir werden klar analysieren und unangenehme Dinge ansprechen. Aber das tun wir intern. Gegen Wiesbaden habe ich mir die Frage gestellt, ob die Spieler wissen, was es heißt zu kämpfen für einen Aufstieg. Wir wollen aufsteigen und jeder hat den Ernst erkannt, aber wir haben noch nicht die richtigen Mittel gewählt. Kann man jetzt wieder schön als positiv sehen und sowas, aber hör mal vom VfB auf genug. Gomez vom Unionsspiel, ja, wir werden zu 1000% nicht absteigen. Dies, das, gelabere vor Wiesbaden. Wir wissen, ob sowas ankommt. Schon so ein Stussgelaber. Einfach Leistung bringen und fertig ist. Zeigen, dass es euch irgendwie auch nur 1% interessiert, was mit diesem Klub passiert. Dass es euch auch nur 1% interessiert, dass ihr aufsteigen wollt und eigentlich auch sollt. Einfach ein bisschen zeigen, Leistung bringen, Niederstandsfähigkeit bringen. Aber das ist halt schlicht und ergreifend nicht zu sehen. Und das ist das, was mich einfach ankotzt. Das ist das, was mich einfach ankotzt. So einfach ist. Der HSV spielt parallel 0 zu 0 gegen Bielefeld, war aber scheinbar besser. Schreiben sie auch hier, Bielefeld besteht beim HSV. Also Keeper war ganz gut von Bielefeld. Da habe ich die Zusammenfassung von der Sau nur gesehen kurz. HSV wirkte besser. Chancenverwertung nicht so top. Aber defensiv relativ solide. Ja, das wird ein lustiges, lustiges Spielchen gegen den HSV am Donnerstagabend. Wir sind jetzt Dritter. Der HSV hat einen Punkt Vorsprung auf dem 2. Platz. 9 Tore besser. Bielefeld ist eh weg. Heidenheim kommt unten ran. Rangehangen hier auf einmal mit 44 Punkten. Einen Punkt weniger. Und 5 Tore schlechter im Torverhältnis. Wirkt auf, dass sogar Darmstadt auf einmal hochgerutscht ist. Und Aue und sowas. Hannover auf Platz 9. Die schießen auch immer weiter hoch. Krasser Scheiß. Denn Heidenheim hat 1-0 gewonnen gegen Wiesbaden. Man kriegt es also ganz locker hin, als Aufstiegsaspirant gegen Wiesbaden zu gewinnen. Auch wenn Heidenheim zu Hause gespielt hat. Aber das ist mittlerweile einen absoluten Scheiß-Treck wert. Weil eh nirgends Fans sind. Wir spielen natürlich alleine. Das Top-Spiel der Woche Donnerstagabend 20.30 Uhr. Stream jetzt wieder geben. Heidenheim spielt am Tag davor bei St. Pauli. Und ja. Wir hatten St. Pauli gespielt diese Woche. Oh, die haben 4-0 gegen Darmstadt auf die Fresse bekommen. Auswärts. Die 2-mal auf dem 5. Platz sind, die Darmstädter. Also ist Pauli auch nicht so krass. Die haben, glaube ich, die Woche davor gegen Nürnberg 1-0 gewonnen zu Hause. Aber das heißt auch nichts. Nürnberg ist einfach nicht gut. Das ist so. Das Einzige, wo du dich ein bisschen noch schön labern kannst, ist, wenn du auf uns Absteiger guckst. Und Nürnberg auf 15. Da Hannover auf 9. Wir auf 3. Nächsten sind in dem direkten Vergleichs immer besser. Aber jetzt spielen wir mal so durch. Heidenheim gewinnt bei Pauli Mittwochabend. Zieht damit an uns vorbei. Ist zwei Punkte vor uns. Oder? Rechnen wir uns gerade richtig? Ja, sind zwei Punkte vor uns. Wir müssen gegen den HSV gewinnen. Egal wie. Erstens, um diesen Platz zu verteidigen. Dann würden wir nämlich auch am HSV vorbeiziehen. Ein Punkt bringt uns nichts, weil dann ist Heidenheim vorbei. Dann ist der HSV zwei Punkte vor uns. Äh, was labere ich da? Dann streiten sich Heidenheim und der HSV auf einmal am Platz 2. Also da sollte Heidenheim gewinnen, die 47 Punkte haben. Der HSV hat dann auch 47 Punkte und wir haben 46 Punkte, wenn es so passiert, dass wir unschiedenen spielen, der Heidenheim gewinnt. Ich gehe einfach mal fest davon aus, dass Heidenheim gewinnen wird. Und wir müssen gegen den HSV gewinnen. Müssen. Punktniederlage bringt uns alles nichts. Wir müssen gewinnen. Sonst können wir uns langsam um Platz 3 streiten und nicht mehr um Platz 2, weil Heidenheim auf einmal ranrückt. Dann gewinnt am... Oh, das wird ein interessantes Duell. Hier Aue gegen Darmstadt. Sechster gegen Fünfter. Wenn der Darmstadt auch noch gewinnt, haben die 42 Punkte. Heidenheim ist langsam eine ernsthafte Gefahr für uns. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir den zweiten Platz nicht mehr bekommen. Es geht darum, dass wir auch noch auf Platz 4 abrutschen können. Und zwar easy. Wenn du, wie man von der Leistung gerade auch leider ausgehen kann, am Donnerstag zu Hause gegen den HSV verlierst und Heidenheim gewinnt, wovon man von der Leistung von St. Pauli vor allem und Heidenheim auch ausgehen kann, bist du Vierter. Und du hast es dir zu 100% selbst zuzuschreiben und bist zu 100% hochverdienter Platz 4 dann. Weil gegen Wiesbaden und Kiel solche Spiele abzuliefern direkt nach der Corona-Pause ist es nicht würdig aufzusteigen. Fertig aus. HSV kommt mit einer Serie von Wie weit zurückgehen wir denn hier? Machen wir mal seit der Winterpause oder seit der Rückrunde quasi. Gegen Nürnberg gewonnen, gegen Bochum gewonnen, gegen HSC gewonnen, und entschieden in Hannover. Verloren gegen Pauli, verloren gegen Aue, sie gegen Regensburg, unschieden Fürth, unschieden Bielefeld. Wir mittlerweile ein Sieg gegen Heidenheim, ein Unschieden gegen Pauli, Leverkusen verloren, Pokal, Aue gewonnen, Bochum gewonnen, Regensburg gewonnen, Niederlage in Fürth, unschieden Bielefeld, Niederlage Wiesbaden, Niederlage Kiel. Top 4-2-4, letzte 10 Spiele. HSV 4-3-3, letzte 10 Spiele. Aber von der aktuellen Leistung ist der HSV meines Erachtens nach, ich habe das Spiel gegen Bielefeld nicht gesehen, aber an sich hätten sie ja quasi mit einer besseren Chancenverwertung gewonnen. Ja, ist der HSV besser. Gucken wir auf die Statistik. Heimbilanz VfB, 57 Spiele, 30 Siege, 12 Unschieden, 15 Niederlagen. Also sind wir deutlich besser zu Hause gegen HSV, aber es war auch bei der Heimbilanzung HSV ähnlich. 58 Spiele, 15 Siege HSV, 12 Unschieden und 31 Niederlagen gegen uns. Wenn ich so sehe, oder? Ne, das sind wir. Ne, also wir sind auf jeden Fall zu Hause, allgemein ja sowieso immer stärker, wer weiß, wenn unsere Auswärtsbehinderung anhält nach der Corona-Phase, vielleicht hält ja dann auch unsere Heimstärke, wir sind die beste Zweitliga-Heimmannschaft meines Wissens mit den zwei Niederlagen gegen Wiesbaden und Kiel und dem Unschieden gegen Bielefeld. Müsse ich immer noch so sein, dass wir der Erster sind in der Tabelle quasi gegen HSV. Wir haben ja 1-1 gespielt, 2-1 gewonnen, 2-1 gewonnen, 1-0 gewonnen, 1-0 verloren, 2-1, 1-2, 3-0 gewonnen, 3-1 verloren, 1-0, 1-0, 2-0 verloren, 2-0, 0-0, 1-1, 3-0, 3-3 und dann sind wir schon 2000. Wieder hier gut auf fußballdaten.de Heimstärke ist ja da gegen HSV statistisch scheinbar auch, aber es braucht ja nichts zu heißen. Das ist halt die große Frage. Ich weiß noch, hier hast du schön gegen HSV auf die Fresse bekommen am Auswärts. Da sagen die Daten eigentlich auch was anderes. 15 Torschüsse, wir haben 14 Torschüsse, HSV hat 6-2 gewonnen. Da hat auch wirklich im hohen Maß bei uns einfach unter Walter die Kaltschnäuzigkeit einfach gefehlt. Die Chancenverwertung einfach gefehlt. Aber ich habe das Gefühl, gerade fehlt noch mehr. Da fehlt noch mehr Kampf, da fehlt noch mehr Bock vom Team. Da fehlen auch noch mehr Großchancen bei uns zur Zeit. Ich bin gerade wirklich nicht positiv auf diesen Klub anzusprechen. Wirklich nicht. Also Real Talk überhaupt nicht. Genau. Die einzige Hoffnung, dieses Spiel am Donnerstag gewinnen, wäre dieser ich sage mal Fußball-Bullshit, dass irgendwas Unrealistisches eintrifft. Dass wir dir auf einmal dann auf einmal wieder gut spielen. Oder unser Bullshit, dass wir gegen gute Teams im Normalfall uns immer besser auftreten als gegen schlechtere Teams. Vielleicht passiert das dann. Ich kann es mir auch wirklich Real Talk vorstellen, dass wir gegen HSV auf einmal am Donnerstag 3-0 gewinnen, problemlos. Kann ich mir Real Talk sogar wirklich vorstellen, weil es so einfach läuft im Fußball. weil unsere Heimstärke immer noch anscheinend anhält oder immer noch vorhanden ist, was ich jetzt mal hoffe, trotz keiner Zuschauer, also eigentlich macht das belegbar keinen Sinn, aber unsere Auswärtsdummheit ist ja auch immer noch da, vielleicht fällt unsere Heimstärke auch an und auf einmal was Komik-Gegensätzliches passiert oder auf einmal irgendwie doch eine Trotzreaktion kommt, sehe, würde ich sogar sehen, dass wir zu Hause gewinnen gegen HSV. Aber rein aus dieser negativen Stimmung gerade von dem Gesamtbild, das der Verein abgibt, von irgendwelchen Statements, Leistungen und so weiter und so fort, sehe ich es nicht. HSV war gegen Bielefeld anscheinend auch ganz gut unterwegs gegen Fürth auswärts auch gerade nur so kurz vor Schluss das 2-2 kassiert. Die einzige Hoffnung ist wirklich Statistik und der Fußball-Bullshit. Unsere Heimstärke, die vielleicht einen Effekt hat, die Statistik-Bullshit, dass wir zu Hause gegen HSV immer ganz gut waren eigentlich oder öfter gewonnen haben als verloren zumindest, doppelt so oft. Auch in letzter Zeit öfter gegen HSV zu Hause gewonnen als verloren. In den letzten Jahren und Saisons. Das ist die einzige Hoffnung, weil Leistung gerade, Feeling, Klub, jetzt haben wir ja auch ein Massimo, nein, kein Massimo, ein Didavi, sorry, der fehlt, ein Carasso, der fehlt. Kein gutes Gefühl allgemein vor dem Spiel der HSV geht auf jeden Fall mit einem besseren Feeling rein. Die einzige Hoffnung ist wirklich Statistik und Fußball, quasi Fußball-Gott oder Fußball-typische Bullshit, dass wir gegen HSV gewinnen. Mehr Hoffnung setzt sich ja nicht rein. Spielerisch und aktuelle Lage gewinnt der HSV gegen uns problemlos. Oh ja, deswegen Prognose. Realistisch gesehen wird das nicht mehr als ein Punkt. Das ist so wie immer eigentlich gerade, Wiesbaden, Kiel, Hamburg. Realistisch gesehen wird es maximal ein Punkt. Wir haben es dann auch nichts weiterhilfe. Dann Heidenheim mit einem Sieg gegen Pauli am Tag davor uns vorbeizieht plus der HSV sich noch weiter absetzt. Aber vom Kopf und von der Hoffnung her und vom Fanning werde ich trotzdem wahrscheinlich wieder am Donnerstag irgendwie so mehr oder minder gehypt auf das Spiel sein, weil es einfach irgendwo geil ist. Ein bisschen Flutlicht, auch wenn keine Fans da sind, klar, ein bisschen Flutlicht, aber in den großen HSV und die Chance ist doch den Fans zu beweisen, guck mal, wir können ja doch kämpfen, wir haben doch Leistung, wir können doch Tore erzielen. Deswegen vom Kopf her einfach die Hoffnung und einfach das Bewusstsein, du musst gewinnen, sonst steigst du nicht auf oder sonst muss irgendwas Verrücktes passieren, dass du überhaupt noch aufsteigst. Auch wenn wir in die Relegation kommen, wer glaubt nicht ernsthaft daran, dass wir da aufsteigen. Also, Verstand sagt maximal einen Punkt, Herz und Fanbrille sagt, da wir das Spiel gewinnen müssen, wird es hoffentlich auch irgendwie ein Sieg. Und dann bedanken wir für das Zuhören und für das Zuschauen auf den Plattformen hier, Spotify zuhören, Zuschauen YouTube, Kommentare, Feedback, Meinungen zum Spiel in Kiel und vor dem Spiel gegen HSV gerne bei YouTube drunter. Bei Spotify gibt es ja meines Wissens oder ziemlich sicher keine Funktion. Dann bedanke ich mich für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.